Herzlich willkommen zusammen zur Mod-Vorstellung, Vertragsübersicht, das ein kleines Extra hat, was euch eine bessere Übersicht über eure aktuell aktiven Verträge gibt. Und zwar seht ihr das da oben, rechts von der Mitte, aktive Verträge, aktuell drei, auf welchen Feldern sind die und wie weit sind die aktuell fortgeschritten. Das Ganze ist sehr, sehr hilfreich, vor allem wenn man gerade mit etwas anderem beschäftigt ist. Klar gibt es noch die Standardmeldung, Vertrag abgeschlossen, aber vielleicht hat man gerade was zu tun, ist abgelenkt, kriegt es nicht mit, denkt sich, ja mache ich in zwei, drei Minuten und dann vergisst man es wieder. Und so hat man immer direkt in der Übersicht, ah stimmt, da habe ich ja noch einen Vertrag, der ist ja schon zu 100% abgeschlossen, da kann ich mich mal drum kümmern. Sehr nützliches Tool finde ich. Wir können das umschalten mit Alt und M, können wir einmal diese Ansicht haben, komplett aus, die Ansicht mit Sofortschrittsbeigen und halt nur die Prozentanzeigen. Die drei Varianten gibt es, einfach Alt M immer schön durchklicken. Die Mod kommt von Stinger Top Gun, ist verfügbar für PC und Mac und den Link zum Mod findet ihr wie immer in der Videobeschreibung. Vielen Dank an der Mutter an der Stelle für die geniale Mod. Wenn dann schließlich eine Arbeit fertig ist, sieht man da oben, dass dann die Ansicht sich auch verändert und grün wird. Dann sehe ich das optisch schon, okay, da ist es fertig. Zu dem kann ich jetzt mal hingehen und kann den ablösen, kann den auf ein anderes Feld stellen. Somit hat man immer eine saubere Übersicht über seine Aktivverträge. Ja, ich hoffe euch hat das Video gefallen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Macht's gut bis zum nächsten Mal. Euer Iltis. Ciao, ciao. Euer Iltis. Untertitelung des ZDF, 2020